Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Zoo Constructor. Im letzten Part haben wir das Kaninchengehege gebaut, also ein Polarkaninchengehege. Und ich frage mich immer noch, warum es nur eins ist... Ah, okay, ja, mhm, Millennia hat es dann auch mal verstanden, ne? Also, halte drei glückliche Ein-Sterne-Tier-Arten im Park und nicht Tiere. Ja, okay, hab's dann verstanden, okay. Oh Mann. So, ähm, was wollte ich tun? Ach, genau, ich wollte jetzt für die Besucher noch ein paar Einrichtungen machen, also Klos und sowas. Damit wir dann auch öffnen können. Ähm, okay, ein Klo gibt's ja gar nicht. Das wär aber schlecht. Äußerst schlecht. Echt, kein Klo? Ich muss gleich mal schauen. Beobachtungshütte? Okay, da gibt's neue Eingangsgebäude oder zweite Eingangsgebäude. Vielleicht kann man ein paar mehr machen. Aber wir... Ach, da! Da ist die Toilette, ich wollte gerade sagen. Aber wir scheinen keine Toilette zu brauchen. Aber doch, die brauchen wir. Ähm, ich würde hier gerne so einen kleinen, ähm, Platz machen. Ich mag das immer, wenn's am Eingang, ähm... Ja, wenn man da recht viel Platz hat. Ist das der Kiesweg? Der gefällt mir sehr gut eigentlich. Stein, Platten gefallen mir auch gut. Pflaster, Randstein. Aha. Ziegel, Randstein. Ach, wie cool ist das denn? Kopfstein, Pflaster. Ach, das ist ja toll. Das gefällt mir aber von der Farbe her am besten. Aber das ist wirklich auch toll, ne? Also richtig, richtig cool. Ne, komm, wir nehmen das hier. Wie muss ich das jetzt ziehen? Ah. Dann kann ich einfach... Aha. Ich das da auch hin machen? Und da? Und da? Und... Ähm, kann ich denn auch die Ansicht drehen? Kann ich die Ansicht drehen? Oder geht das nicht? Das ist rückgängig machen. Das ist bewegen über... Ne? Können wir uns so bewegen? Ähm, das ist Pfeiltasten. T, G, nein. Ähm, okay. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie wir uns drehen können. Da müsste ich dann tatsächlich nochmal in die Tastaturbelegung gucken. Das mache ich nach diesem Part. Dann schaue ich mal nach, ob man sich drehen kann. Überhaupt mal die ganzen Tastenkombinationen durch. Ich bin jetzt einfach nur in die Aufnahme gesprungen, weil ich einfach total, ähm, Lust hatte, das zu machen. Und mich, äh, sehr über dieses Spiel gefreut habe. So, ich würde jetzt gerne... Ich würde jetzt gerne eigentlich hier was hinpacken. Wir machen hier einfach einen Buchsbaum hin. Ich weiß ja nicht, wie das hier ist, ob ich auch Dekorationen genug haben muss. Aber ich gehe mal davon aus. Ähm, hier können wir doch einen kleinen Zaun hin machen. Gibt es da irgendwas Süßes? Oder gibt es jetzt gerade nur den Holzzaun und... Ja. So. Und dann würde ich... Zwei freilassen. Genau. Und dann machen wir den Boden da weiter. Ich weiß gar nicht, wie groß wir das hier machen sollten. Ähm. Ach so, Randstein. Das finde ich ja total interessant, ne? Mal gucken, wie das aussieht. Ja, das ist ja echt. Ach, das ist ja echt toll, ne? Das... So was gefällt mir ja. Aber hier ist, äh, ein Fehler im Zaun. Da würde ich gerne noch mal... Äh, äh, nee. Den wollte ich eigentlich wegmachen. Ähm. Wie mache ich denn das weg? Ah, der Bulldozer. Pflanzen, Wege, Zaun. Ah, okay. Das ist gleich alles weg. Ähm. Moment. Weg. Zack. Und dann würde ich gerne hier eben den... Hä? 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 Nee, das ist das Falsche. So. Und dann hatten wir den hier, glaube ich, den Randstein, ne? Kann ich den hier hinten ansetzen? Ja. Das hat gut geklappt. Ähm. Ich glaube, ich nehme den Zaun hier auch weg. Ja, ich nehme den auch weg. Wir machen da doch Hecke hin. Ich glaube, das würde mir, ähm, besser gefallen. Ach, die muss ich einzeln platzieren? Ach, jetzt sag nicht, du musst, äh, auf... Ähm. Och, manno. Okay, das ist ja doof. Okay, ähm. Ich mache die erst mal kurz zur Seite. Ich möchte gerne was ausprobieren. Ähm. Krass. Okay, das geht nicht. Muss ich da einfach nur den Weg wegnehmen? Okay. Okay. Nein, nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte Untergrund. Wo habe ich denn da? Da habe ich den Untergrund. Aber, ich würde da gerne tatsächlich noch mal was ausprobieren. Und zwar so. Und dann den Weg... Bulldozer. Ach. Ja. Wenn man es nicht platziert, dann wird das auch nichts, ne? So, Weg-Bulldozer. Ich würde... Ah, okay. Gut, das geht nicht. Ich hatte gehofft, dass ich nur die Hälfte wegnehmen kann. Dann hätten wir nämlich richtig schön, ähm, Platz gehabt dafür. Ähm. Okay. Das geht nicht. Ähm. Das kann man rückgängig machen. Gut. Ich will mal eben schnell den verschieben. Und zwar dahin. Dich würde ich auch gern verschieben. Ähm. Wir probieren einfach mal rum, ne? Ja, guck mal. So könnte man ja auch eine Hecke platzieren und dann da irgendwas Grünes hinmachen noch. Das ginge ja nun auch. Ähm. Aber ich glaube, wir machen... Genau. Wir machen die Hecken einfach weg erstmal. Und, ähm... Ich guck mal, ob es da irgendwas anderes gibt. Also eine... Eine Alternative dazu. Die müssen also auch gegossen werden. Wir sollten dann auch relativ zügig... Leute einstellen. Ist hier denn alles okay? Mache ich irgendwelche Nachrichten? Nein. Ähm. Ich glaube, ich würde gerne, ähm... Den Gärtner einstellen. Den mache ich erstmal hier hin. Okay. Sind also immer die Punkte, wo die sind. Da müssen wir uns da nochmal irgendwas einfallen lassen. Wie wir die am besten unterbringen, ohne dass das eben so ein bisschen störend, äh... Ist da. So. Jetzt aber. Toiletten. 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 Ganz wichtig. Ähm... Ja. Mülleimer sowieso. Die sollten wir überall haben. Das machen wir gleich. Ähm... Hier kann man dann mal schöne Bank schon mal hinstellen. Daneben dann eben den Mülleimer. Ein Geldautomat. Ja, der... Den kann man auch neben Klo verschmerzen, finde ich. So, Getränkeautomat, Popcornautomat. Die, ähm... Würde ich hier hinstellen. Wo ist denn da vorne? Das ist hinten. Das ist gut. Und ein, äh... Popcornautomat. So. Ähm... Ja, hier können wir noch mal ein, zwei Bänke hinmachen. Das wollte ich nicht. So. Das. Und da noch ein Mülleimer zwischen, ne? Oder, ach komm, den packen wir hier an die Seite. Ist ja nicht so... So aufträglich. So, was haben wir denn an Deko schon? Totempfahl. Ostereier. Yay! Osterhase. Fliegenpilze. Straßenlaterne. Ja, die Laterne stellen wir dann einmal hier hin und einmal hier hin. Haben wir denn irgendwas an Pflanzen, was jetzt irgendwie hingestellt werden könnte? Oder... Da müssen wir dann tatsächlich so grün Flächen lassen, ne? Ja, was ja im Prinzip gehen sollte, wenn wir das und das wegmachen. Ähm... Ich, äh, schau mal eben... Äh! Ich komm mal zu weit darüber. So, muss ich mich erst, äh, dran gewöhnen. Ähm... Ah, wir haben noch nicht, äh, wirklich... Ah, doch hier, Orangenbaum. Was brauchst du denn? Erde. Mhm. Und die Frage ist... Warum kann ich dich jetzt da nicht... Ah, okay. Ihr, du bist also zu groß. Pampasgras, Buchsbaum. Kann ich den verschieben? Ja. So. Ähm... Und dann gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas Kleines, äh, nebenkriegen. Ne. Anscheinend, äh, nicht. Orangenbaum. Mhm. Ähm... Einfach grün machen. Äh... Erde ist zwar der richtige Untergrund, aber ich denke, dass, äh, Gras auch in Ordnung sein wird. Und dann versuchen wir jetzt hier... ...einen Randstein zu machen. Da habe ich das aber verkehrt gemacht. Wie weit kann ich zurückgehen? Ha. Perfekt. So, ähm... Ja, oh, wie cool. Das sieht ja toll aus. Das sieht ja wirklich toll aus. Also, was hat unser, ähm, Gärtner für Probleme? Alles bestens? Okay. Ja, dann ist ja gut. Okay. So, jetzt haben wir einen Bereich für unsere, äh, Besucher. Ne. Wir haben auch schon ein kleines bisschen Deko. Wir haben unsere Kaninchen. Da ist alles in bester Ordnung. Wir haben auch überhaupt noch keine Nachrichten. Ähm... Ach, guck mal hier. Da können wir alles einsehen. Ach, guck mal. Hundert Prozent. Perfekt. Also besser kann es ja gar nicht laufen. Ich würde jetzt den Park eröffnen. Ähm... Das ist Eintrittspreis. Ja, ein... Geld... Ich bin auch mal toller. Äh, passt dann schon. Ähm... Ich denke, das ist erstmal in Ordnung. Schließen. Öffnen. Schließen. Okay. Den Eintrittspreis finde ich angemessen. Ja, das ist schön. Ach, äh... Das erinnert mich von, von, von der Grafik her ganz, äh, stark an, äh, Lego, Playmobil und sowas. Die, äh, Figürchen. Ach, das finde ich ja... Ach, das finde ich ja süß, ne? Wie die da so reingehoppelt kommen. Ah, das finde ich ja echt, äh, goldig. Okay. Alles klar. So, wir machen weiter. Ich, ähm, möchte ganz gerne viel Grünzeug in diesen, äh, Park bringen. Wir haben ja nun, äh, wenn man mal guckt, äh, ewig viel Platz. Ach, guck mal, was ist das denn? Oh, sind das so Ruinen? Oh, cool. Oh, da gibt es auch noch ein bisschen was zu entdecken für uns. Ja, das finde ich ja richtig toll. Genau, apropos Entdecken. Haben wir denn Forscher, Techniker, Tierpfleger, Gärtner, Reinigungskraft, Tierarzt? Ne, Forscher haben wir keine. Ähm, jetzt ist die Frage... Ja, eine Reinigungskraft brauchen wir jetzt auch auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir irgendwo so einen, so einen Abstellplatz für unsere Kräfte machen, für unsere Arbeiter. Gibt es da eigentlich ein Haus oder sowas für? Ein Steinturm. Oh. Felsbrocken. Okay. Ähm, wie kann ich das denn lernen? Jetzt versuchen wir mal rauszufinden, wie wir an die neuen Sachen rankommen. Zwei Sterne. Ähm, muss meine Parkbewertung zwei Sterne haben dann? Ähm, Mitarbeiter. Oder bekomme ich das mit den Aufträgen dann als, ähm, als Belohnung sozusagen? Ja. Also ich fände es wirklich toll, die irgendwie da abzustellen, an einem bestimmten Ort, weil das da gefällt mir jetzt irgendwie nicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ähm, doof. Da würde ich so einen kleinen Extra-Bereich machen für unsere Leute. So. Ähm, jetzt können wir, da können wir drei Leute abstellen. Sollte erstmal reichen. Oder sollen wir gleich ein paar mehr? Wie viel haben wir denn? Fünf. Ja komm, machen wir doch gleich für alle fünf. Fünf. Vier. Fünf. Und hier machen wir irgendwas, um zu, dass die Leute da nicht rumklettern können. Mhm. Ähm. Dekoration, nee. Ich würde das tatsächlich gerne ein bisschen zumachen. Tatsächlich zumachen. Buchsbaum. Den kann man schön nah aneinander stellen. So. Ähm. Moment mal. Mach das mal rückgängig. Gängig. Was sind mir hier die Leute im Weg? Und, äh, schreien alle nach einem, ähm, Dingsen. Begeisterung. Ja, also das ist doch schon okay. Ne, damit kann man doch ganz gut leben. Ähm. Moment. Ja, hier ist natürlich jetzt der Mitarbeiterstern. Ähm. So. Genau, und da machen wir jetzt noch die Hecke hin. Jetzt sind wir erstmal den Mitarbeiter da weg. Den hier. Versetzen den. Hier hin. Aber vielleicht bräuchten wir gar nicht so viel. Machen. Ich weiß nicht, wie viel, ähm, Bereiche die, also wie viel die abdecken können. Möchte etwas beobachten. Okay. Ähm. Die Mitarbeiter. Ich mach das erstmal um einiges größer. Das können wir später immer nochmal optimieren. Ähm, was haben wir denn noch? Ach genau, den, äh, Tierpfleger. Dich versetzen wir auch. Und zwar, ähm, da hin. Und machen natürlich dein Gebiet auch viel, viel größer. Du musst ja schließlich zu den, ähm, Hasen reinkommen. So. Ja, jetzt brauchen wir dann gar nicht so viel, wie ich, äh, gedacht hatte. Die können wir auch versetzen. Das finde ich, äh, super. Brauchen wir die nämlich nicht, äh, verkaufen und neu kaufen. Ja, dann könnte man doch hier vielleicht, ähm, vielleicht den Weg lang machen. Kann ich Wege versetzen? Nein. Dann muss ich mit dem Bulldozer ran, ne? So. Ähm. Wege. Was haben wir denn da genommen? Den Kiesweg? Ne. Steinplatten. So. Da war jetzt der Buchsbaum zu nah dran. Oh, Leute. Gott, ich sehe ja gar nichts. Mann, sind das viele. Ich würde da aber gerne noch eine Hecke hinpacken. Ähm. eigentlich, äh, ich hoffe, die Mitarbeiter gehen dann da auch, ähm, weg und so. Also, viel sehen tue ich nicht. Äh, Mann, haben wir da viele Leute. Die wollen was beobachten. Ich muss gleich mal gucken, ähm, wie ich Beobachtungspunkte schaffen kann. Da, Fernglas. Wie rum bist du denn? Also, ich muss bei ihm kurz gucken. So. Okay. Stellen wir doch eins da hin. Oh. Also, ein bisschen Andrang. Ein bisschen viel Andrang. Ui, 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 ui. Aber total cool. Dass das dann noch gleich so eine Auswirkung kann, ne? So sichtbar für uns ist irgendwie. Ah, das finde ich schön. Das ist, äh, das gefällt mir. So, und was wollt ihr jetzt? Mehr Tierarten. Ja. Okay. Natürlich. Klar. Die kommen. Aber ich sehe gerade, ich habe den Part schon wieder völlig überzogen. Das heißt, wir beenden jetzt erstmal den Part. Und, ähm, ähm, ah ja, guck, jetzt ist der hier ver... Ähm, ja, ver... ...bestellt oder sowas, glaube ich. Nee, der ist aber außen. Warum kann der das nicht erreichen? Hier ist doch eine Tür. Muss ich die versetzen? Ah, kein Weg zum Tor, ne? Natürlich, klar, auf jeden Fall. Okay, ähm, machen wir im nächsten Part. Also, bis denn. Ciao, ciao.